Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche Menschen dicke willkommen zurück? Gesundes Haar und andere leiden unter Haarausfall? Möglicherweise leiden sie unter Haarausfall und haben Schwierigkeiten, das Haarwachstum wiederherzustellen. Heute werden wir die Ursachen für Haarausfall untersuchen und natürliche Heilmittel zur Förderung des Haarwachstums finden. Um ihre Erwartungen zu erfüllen, verlassen wir uns auf die Expertise einer ganz besonderen Person. Barbara O'Neill ist eine leidenschaftliche Verfechterin natürlicher Gesundheit und natürlichen Wohlbefindens. Sie hat Jahre damit verbracht, die Geheimnisse des ganzheitlichen Lebens aufzudecken und anderen zu helfen, die Kraft der Natur zu nutzen, um ihre Gesundheit zu verbessern. Helfen Sie uns, die Geheimnisse des Haarausfalls zu lüften. Wir zeigen Ihnen, wie sich durch einfache Veränderungen des Lebensstils und der Ernährung kann einen erheblichen Einfluss auf die Wiederherstellung der Gesundheit Ihres Haares haben. Es gibt viele Faktoren, die Haarausfall verursachen können. Diese sind für uns möglicherweise nicht sofort ersichtlich. Barbara O'Neill sagt, dass chemische Farbstoffe eine der Hauptursachen für Haarausfall sind. Setzen wir zunächst unseren Detektivhut auf und finden wir die Ursache für den Haarausfall heraus. Was sind einige der häufigsten Ursachen für Haarausfall? Meine Freundin hat sich schon in jungen Jahren die grauen Haare gefärbt. Mit etwa 30 Jahren begann sie ihre Haare zu färben. Sie können Haarfärbemittel auf Henna-Basis kaufen. Henna ist ein ungiftiges Kraut, das zum Färben von Haaren verwendet werden kann. Sie können Haarfärbemittel auf Henna-Basis kaufen. Mein Freund hat dieses nicht verwendet. Sie verwendete eine chemische Farbe, die langsam die Haarfollikel, aus denen das Haar wächst, abtötete. Es könnte sich um eine Chemikalie in ihrem Haar handeln. Einer Freundin von mir gefiel die Lockenigkeit ihrer Haare nicht. Sie hat ihre Haare ihr ganzes Leben lang geglättet. Von ihrer Teenagerzeit bis in ihre 50er. Sie verwenden giftige Chemikalien, um das Haar zu glätten oder bei Menschen mit glattem Haar das Haar zu locken. Haare, die Haarfollikel, sterben ab. Möchte jemand seine Haare glätten, zieht der Friseur die Haare über große Stäbe. Anschließend werden die lockigen Haare über die Stäbe gezogen und geglättet. Wenn jemand lockiges Haar möchte, aber glattes Haar hat, kann er die großen Stäbe verwenden, um es zu strecken. Diese giftige Chemikalie wird zum Glätten oder Locken der Haare verwendet. Es bricht alle winzigen Verbindungen des Haares. Wenn die Bindungen zwischen den Haaren gebrochen sind, das Haar wird um die Stäbe herum geformt, um eine Locke oder Glätte zu erzeugen. Nachdem alle diese Bindungen aufgebrochen und das Haar in eine bestimmte Form gebracht wurde, die Chemikalie wird abgespült und zum Fixieren wird eine andere Chemikalie aufgetragen. Diese Chemikalie macht das Haar glatt oder lockig. Anfang der 1990er Jahre, nach meinem Schulabschluss, habe ich als Friseurin gearbeitet. Wir haben viele Dauerwellen gemacht. So wird glattes oder lockiges Haar dauergewellt. An manchen Orten habe ich auch Leute gesehen, die ihre Haare sehr eng geflochten haben. Aufgrund des ständigen Gewichts kann es zu Haarausfall im Bereich des Haaransatzes kommen. Dies kann die Follikel schädigen und das Haar ausreißen. Wir müssen den Schaden stoppen, egal was passiert. Dies ist der erste Schritt. Wenn Sie das Wasser nicht abstellen, sind Sie immer noch in der anderen Ecke am Planen. Chemische Farbstoffe können ihre Haarfolikel schädigen und Haarausfall verursachen, weil sie in die Kopfhaut eindringen. Auch Haarglättungsbehandlungen sind zu vermeiden, da die starken Chemikalien die Haarbindungen schädigen und Haarbruch verursachen können. Barbara rät auch von zu engen Zöpfen und Frisuren ab, die am Kopf ziehen, da diese eine Traktionsalopezie verursachen können. Dabei handelt es sich um einen schleichenden Haarausfall, der durch ständige Anspannung entsteht. Barbara erwähnt, dass hormonelle Ungleichgewichte sind die zweithäufigste Ursache für Haarausfall. Manchmal bemerke ich Haarausfall, wenn ein hormonelles Ungleichgewicht vorliegt. Liegt ein hormonelles Ungleichgewicht vor, muss der Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Die Antwort ist Anis Wild-Yam-Creme. Sie können meine Präsentation zum Thema Hormonausgleich ansehen, indem Sie nach meinem Namen suchen. Sie werden sehen, dass Anis Wild-Yam-Creme, die zweimal täglich aufgetragen wird, kann helfen, den Hormonhaushalt auszugleichen und möglicherweise das Haarwachstum wieder anzuregen. Stress kann manchmal Haarausfall verursachen. Haarausfall kann auftreten, wenn sich jemand in einer Stresssituation befindet. Was können Sie tun, um es zurückzubekommen? Es gibt noch eine weitere Ursache, die ich vergessen habe zu erwähnen. Anämie. Anämie kann zu Haarausfall führen. Was bedeutet es, anämisch zu sein? Anämie ist eine Erkrankung, bei der der Eisenspiegel in Ihrem Blut sehr niedrig ist. Starker Blutverlust kann zu Anämie führen. Viele Frauen erleben dies. Es kann auch Haarausfall verursachen. Sehen Sie sich meine Vorlesung über Hormone noch einmal an, um dieses Problem zu lösen. Steigern Sie das Progesteron und senken Sie das Östrogen. Dann kommt es nicht mehr jeden Monat zu starken Blutverlusten und die Person leidet nicht mehr an Anämie. Anschließend können die Haare nachwachsen. Niedrige Salzsäure kann auch Anämie verursachen, da das Eisen in der Nahrung gebunden ist und Säure benötigt, um freigesetzt zu werden. Salzsäure ist sehr wichtig. Um dies zu gewährleisten, können Sie zu jeder Mahlzeit einen Viertel Teelöffel Cayenne-Pfeffer in Wasser einnehmen. Wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, können Sie den Zitronensaft auch vor jeder Mahlzeit trinken. Lassen Sie zwischen den Mahlzeiten etwas Zeit und vermeiden Sie es, während der Mahlzeit Wasser zu trinken. Dadurch werden die Salzsäuren verdünnt. Wichtig ist außerdem, eine entspannte, fröhliche Atmosphäre bei Tisch zu schaffen. Was sollten Sie beachten? Barbara erwähnte, dass Haarausfall durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden könnte, einschließlich Anämie oder hohem Stress, hormonellen Ungleichgewichten oder physische Schäden an den Haarfollikeln. Barbara hat auch ihre Erkenntnisse zu möglichen Lösungen geteilt. Als nächstes besprechen wir die drei ätherischen Öle, die Barbara O'Neill empfiehlt, dass ihre Kopfhaut nährt und das Haarwachstum fördert. Was können Sie für Ihre Kopfhaut tun, um das Haarwachstum zu fördern? Machen Sie eine Mischung und tragen Sie sie auf das Haar auf. Bereiten Sie die Mischung zu, verwenden Sie eine halbe Tasse Kokosnussöl und eine halbe Tasse Rizinusöl. Rizinusöl dringt viel tiefer ein als andere Öle. Rizinusöl dringt beim Auftragen tief in die Kopfhaut ein. Kokosöl ist pflegend und hat antimykotische und antibakterielle Eigenschaften. Sie können dieser Tasse Öl 10 Tropfen ätherisches Rosmarinöl hinzufügen. Rosmarin hat eine besondere Wirkung auf die Kopfhaut. In einer Studie aus dem Jahr 2003, in der die Auswirkungen von Kokosnüssen auf die Haargesundheit verglichen wurden, Mineral- und Sonnenblumenöle, die Forscher haben den Proteinverlust im Haar nach jeder Behandlung gemessen. Die Forscher fanden heraus, dass Kokosöl den Proteinverlust am besten verhinderte, ob das Haar geschädigt, gebleicht oder chemisch behandelt wurde. Kokosöl ist wirksam wegen seiner einzigartigen chemischen Zusammensetzung, welches überwiegend aus mittelkettigen Fettsäuren wie beispielsweise Laurinsäure besteht. Dadurch kann das Öl tiefer in den Haarschaft eindringen. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab auch, dass Rosmarinöl genauso wirksam sein kann zur Vorbeugung von Haarausfall wie Minoxidil. Im Rahmen der Studie wurden 100 Patienten mit androgenetischer Alopezie in zwei Gruppen unterteilt. Eine Gruppe verwendete ätherische Rosmarinöle, während die andere Minoxidil verwendete. Die Studie zeigte, dass Minoxidil bei der Linderung juckender Kopfhautsymptome nicht so wirksam war und fördert das Haarwachstum. Wir können jetzt besprechen, wie Sie diese ätherischen Öle zu Ihrem Vorteil nutzen können. Diese Mischung kann in einem Glas zubereitet und gut vermischt werden. Sie können die Mischung ein- oder zweimal pro Woche in Ihre Kopfhaut einmassieren. Ihr Haar wird dadurch sehr fettig. Wenn Sie das Produkt jedoch in Ihre Kopfhaut einmassieren, wird die Durchblutung der Haarfollikel angeregt. Rizinusöl ist sehr pflegend und kann zur Stimulierung der Kopfhaut verwendet werden. Kokosöl ist sehr pflegend und ätherische Rosmarinöle stimulieren die Kopfhaut. Lassen Sie es so lange wie möglich einwirken. Sie können Sonntage auswählen, an denen Sie zu Hause sind. Am Ende des Tages können Sie die Flecken auswaschen. Möglicherweise müssen Sie das Shampoo mehrere Male anwenden, um das gesamte Öl zu entfernen. Verwenden Sie eine kleine Menge heißes Wasser und anschließend eine großzügige Menge Shampoo. Wenn das Haar immer noch etwas fettig ist, muss es möglicherweise erneut mit Shampoo gewaschen werden. Shampoo ist das nächste Thema. Sie müssen Natrium-Lauryl-Sulfat vermeiden. Viele Shampoos enthalten Natrium-Lauryl-Sulfat, das die Haarfollikel schädigen kann. Es ist wichtig, Etiketten mit einer Lupe zu lesen, insbesondere bei Geschäften wie Whole Foods, Sprouts oder Trader Joe's, wo es viele Marken für Naturkost- und Nahrungsergänzungsmittel gibt, und gesündere Produkte. Wählen Sie ein Shampoo ohne Natrium-Lauryl-Sulfat. Diese Chemikalie ist die Ursache für die Schaumbildung in Shampoos und kann die Haarfollikel auf der Kopfhaut zerstören. Bitte halten Sie sich davon fern. Kokosnuss ist ein sehr guter Conditioner für die Kopfhaut. So gibt es einige tolle Shampoos mit Kokosnuss als Zutat. Für eine gesunde Kopfhaut ist es wichtig, die richtigen Haarprodukte auszuwählen. Dies fördert auch ein kräftiges Haarwachstum. Nachfolgend habe ich einige meiner bevorzugten sulfatfreien Shampoos aufgelistet, die ich wärmstens empfehlen kann. Was können Sie zusätzlich zu dieser DIY-Kopfhautbehandlung G noch tun, um gesundes Haarwachstum zu fördern? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden. Wenn Sie viel Zeit zu Hause verbringen, können Sie die Kopfhautbehandlung sogar zweimal wöchentlich anwenden. Bewegung ist wichtig, weil sie die Durchblutung in den Extremitäten fördert. Die Kopfhaut ist eine dieser Extremitäten. Tägliche Bewegung ist wichtig, aber Shit, hochintensives Intervalltraining, ist noch besser. Das tägliche Training sollte Phasen hoher Intensität beinhalten, um die Blutzirkulation anzuregen. Auch die Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Als Faustregel gilt, dass Sie pro 45 Kilogramm Gewicht acht Gläser Wasser trinken sollten. Dies ist eine gute Richtlinie dafür, wie viel Wasser Sie trinken müssen. Auch die Ernährung ist wichtig. Die Kopfhaut wird durch Blut versorgt, deshalb müssen wir sie von innen nähren. Durch körperliche Betätigung wird die Durchblutung der Kopfhaut gefördert. Sie möchten, dass dieses Blut hydratisiert wird. Willkommen zurück!